Vor der Winger Kunterbunt lockt der neue Pool. Matthias will ins Wasser. Ich werde es jetzt kontrollieren, ob du Wasserstandstimme tut. Ich nehm meine Hose bis da hoch gemacht. Und du tust jetzt überall schon, dass es gleich hoch ist. 20 Zentimeter? Das sind nicht 20 Zentimeter. Hopp, macht dich leid. Und platzsch immer schön, dass Marcel aufs Spritzen. Nee, ich platzsch gar nichts. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie ich in meinem Pool gegenschwimme. Ich schwimme ja Richtung Kirchturm und auch einen Sekt trinke. Oder halt auch mal einen Cognac oder ein Bier. Und dann schauen wir schön und schwimmen und schwimmen. Und ich kann mir vorstellen, morgen Abend, wenn der Pool voll ist, da sage ich euch, dass mir zwei da reinspringen. Es ist mir egal, ob Rixrum Dreck ist oder nicht. Ich stelle mir da oben meine Schuhe ab und morgen springen wir rein. Und das kann auch so kalt sein, dass es dann auch egal ist. Wie viele Zentimeter haben wir? Keine Ahnung. 4 Zentimeter. Schauen wir uns mal vorne. Rechts, links, vorne, hinten. So, also wir haben jetzt hier, naja, auch 4,5 wird es dir zeigen. Na ja, es läuft ja schon die ganze Zeit, das Wasser. Kann ja schon wieder einen halben Zentimeter machen.